einen wunderschönen guten tag zusammen und willkommen zurück bei einer neuen folge von life is strange episode 2 nathan hat naja den ersten schritt der rache genommen ich verstehe nicht so ganz warum max ihre türen nicht abschließt oder generell auch wieder da reinkommt aber reinkommen ist natürlich kein problem in also ich meine ins mädchen in den mädchenbereich aber warum schließt sie nicht die tür ab so wir müssen uns langsam mal anziehen wir mal duschen sieht auch schon viel wacher aus get dressed hey einstein hatte den selben oder den gleichen das ist die frage können wir das jetzt weg machen also erstmal müssen wir das buch wieder bringen hallo buch wo bist du denn hey oh nein hallo buch Ja, aber das muss noch irgendeinen negativen Effekt haben oder so, dass die die Zeit beeinflussen kann. Keine Ahnung, der Tumor im Kopf wird größer oder so, was weiß ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nur positive Effekte hat. Das wäre zu simpel. Ja, das haben wir alles schon benutzt. Ich würde sagen, wir besorgen hier einfach mal das Buch. Das einzige, was noch offen war, war diese Geschichte mit dem Halloween. Oh, wir haben neue Einträge. Moment. Da, nee. Nee. Ah doch, 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 da war das mit der Schauer. Da. 8. Oktober. Fangen wir mal an zu lesen, nicht? 3. D2. Und die letzte Seite für heute. The plot thickens and I can't get out. So, so. Am Ende steht jetzt, I almost want a surveillance system now. Naja. Wie wäre es denn einfach mit Türe abschließen, Mädel? Da brauchst du dann noch keine Kamera für. Okay. Okay. Kate, du brauchst dein Buch. Bringt das eigentlich irgendwas, wenn wir da drauf gucken, so von denen? Ah. Ja, okay, das hatten wir alles schon. Ich habe gehört, dass jemand sich dann so erinnert hat, sie eine severe Depression. Schöne Sache. Ich dachte, sie würde sich dann so erinnern. Oh, shit, ich muss noch unbedingt. Oh. Hammergeil, jetzt haben wir doch Nathans Telefonnummer. Moment. Das muss nicht Nathan sein. Das kann auch hier... Oh, Gott, wir haben so viele Leute jetzt schon abgefuckt. Ähm. Ah, die Bilder habe ich nicht gemacht, ne? Dim, 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 dim. Ja, gut, gibt Schlimmeres. Alter, Vater, ich habe echt eine ganze Menge Bilder nicht gemacht. Ähm. Das, das kann auch genauso gut hier... Äh, wo ist er denn? David sein. Ich meine, immerhin haben wir in seinem Haus rumgeschnüffelt. Dem Hausmeister haben wir nichts getan. Also, das naheliegendste wäre erst mal Nathan, aber David haben wir halt auch abgefuckt. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt, wenn ich anonyme Gefreise bekomme, wird es nie endet. Das muss sein, dass es von Nathan sein wird. Aber es könnte jemanden sein. Ich hätte besser hier drüber beruhig sein, oder ich könnte in seriösen Gefahr sein. Wenn ich nicht bereits... Schauen wir mal, ob Brooke zu Hause ist. Hallo? No, Brooke hier. 3.14. Oh mein Gott, wie die Amis alle ausgeflippt sind am 14. März 2015. Äh, es ist Victoria, weiß ich nicht. Wir probieren es einfach mal, was geht. Okay, ich will dich nicht disturbieren. We'll bang for God. Ja, das machen wir erstmal weg. Aber vielleicht muss die sich da auch mal ein bisschen selber helfen. Mein Gott. Das ist natürlich gut, wenn man sich da irgendwie auch Freunde so ein bisschen verlassen kann, aber... Man muss auch ein bisschen selber was tun. Du bist da? Ja, ich bin da. Komm mal. Okay. Das Zimmer... Sehr dunkel. Aber auch sehr aufgeräumt. Na, wobei, vergiss es. Wir können ja mal ein bisschen rumgucken, wir können ja die Zeit sonst zurückdrehen. Kate spielte den Violin jeden Morgen. Sie stoppt letzte Woche. Warum das denn? Wieso denn gerade letzte Woche? Oh, Geige spielen. Leute, die Geige spielen können, die haben ja alle direkt schon einen Plusbonus. Oder Klavier. Okay, was hat er geschrieben? Kate, was ist das denn für eine Mutter? Wie krass ist das denn? Anstatt irgendwie zu sagen, ob es irgendwie gut geht, ob da irgendwas dran ist. Nein, du hast die Familienhere beschmutzt. Boah, solche Eltern, ne? Warum haben die Kinder? Warum hat sie das Schild aufgeräumt? Wenn sie sich nicht an sich sehen kann? Ja, eben. Also, das ist ja hier schon, das wird schon psychotisch hier alles. Kate's Art ist perfekt für ein Kinderbuch. Alles sieht so lustig und kaltvoll und positiv. Und der da sieht aus wie ein Affe. Also, wie ein wirklich ein Affe. Von der Kopfform her alleine schon. Haha, what the fuck was ist das denn hier? Hat der gekotzt? Aber es ist echt, naja. Irgendwie ein ganz cooles Bild, auch wenn es sehr einfach aussieht. Oh, guck mal da. Das sind viele Tränen. Sie wird durch die Boxen gehen. Ja, ja, Tränen. Ist klar. Da sind andere Flüge. Wobei, ne, Moment, diese Mädchen. Okay. Kate hat wirklich einen dötenden Vater. Und die Licht schlägt in der Schmerz, und die Schmerz hat es nicht. Katie will always be my brightest light against the dark. Hux and Love, Pap. Ah, gut. Wenigstens der Vater versucht noch irgendwelche aufmunternde Worte zu finden. Aber was, was bezeichnet er denn als against the dark? Naja. Irgendwie sind die Eltern, findet er auch nicht so ganz richtig im Kopf. Ich hatte keine Ahnung, dass Kate mit Alissa und Stella zusammenhängt. Da seht ihr auch sehr glücklich aus. Oh, wer bist du denn? Da machen wir direkt mal ein Foto von. Oh, jeez. Hoffentlich kriegt er jetzt keinen Herdabfall. So, Nuggetiere mit einem Herzschlag von 500 pro Sekunde oder so, die neigen da ja sehr gerne mal zu. Das ist der kürzeste Bunny ever. Ich wette, Kate ist eine gute Mutter. Ja, ich hoffe, die lässt den aber auch laufen, ne? Wir gucken uns hier alles an. Autsch. Sie hat die Hamnation verlassen. Liebe Katie, kein Spirit oder Devil could have prepared me for what you have done in that videotape. And like a Jezebel, you released your Har... What? Harlot? Image before God's eye. Ich kann die Schrift nicht so ganz lesen. Keine Ahnung. I will pray with my church for your soul to be saved from eternal hellfire. Auntie Marsh. Alter, was hatten die für eine Familie, bitte? What the fuck? Wie? Also... What? Das kann wohl nicht wahr sein. Okay, sie gibt es natürlich nicht wirklich, aber ich hoffe, von euch hat da keiner so irgendwie so... Ich werde in der Schule runtergemacht und zum Dank dafür machen mich meine Eltern dann auch noch runter. Yay! Ohne Spaß, ey. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Ja, natürlich, weil ja wahrscheinlich dieser Church-Kram, wenn man total auf den Sack geht. Vor allem, wenn man dadurch halt von den Eltern irgendwie so... so... Druck bekommt. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Damn, it's the all-American zombie family. Hm. Kate's room is usually immaculate. For her this must be a pigsty. Ja, Kate, Moment. Du musst noch ein bisschen aushalten und noch ein bisschen deprisen. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. So, Kate. So, Kate. Poor Kate. She doesn't look good. Um, hey Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? But... I hate bullies. David Madsen should no better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Um... Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate. But... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine. And then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video. Okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. All right. Da sind die doch never ever angekommen. Did you go? Definitely not. I'm not sure where I went. What do you remember about that? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and... felt a sharp sting in my neck. And... 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 That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max? Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Oh, nein. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove. Not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Ja, du bist doch zur Fete gegangen und lässt dich da bedrogen. Ich habe nichts mehr zu tun. Good job, Dr. Max. She didn't like, what I had to say, but we need more proof of what happened. Na ja, aber ich wollte dir ja auch helfen und ich wollte dir nicht sagen, was die hören will. Das sind manchmal verschiedene Dinge. Tut mir leid, aber... So nicht. Vielleicht finden wir ja noch was raus. Gucken wir, ob bei Victoria so abgeht. Oh, Chloe hat geschrieben. What the fuck? What the fuck? Mein Handy hat gerade vibriert. Bram, du kannst dich mal so weit von hart ficken. Das ist echt der Hammer. Bram hat mich gerade eingeladen, Candy Crush Saga zu spielen. Ja, natürlich. Mach mal ja auch sonst anders als nachts um zwei. Okay. Äh, 8. Oktober. Das heißt, äh... Max, food, two whales. See you there. Don't hurt your fingers. Texting, yay, breakfast. No emoji. Ja, stimmt. Frühstück. Äh, da müssen wir hin. Ja, trotzdem mal bei Victoria gucken, was da los ist. Mach auf, bitch. War okay. Also, Nathan ist... Also, wenn wir... Wenn ich jetzt Detektiv wäre, wäre Nathan auf jeden Fall Hauptverdächtiger an Victoria nur so nebenbei, weil... Naja, an Nathan kann sie sich scheinbar erinnern, an Victoria, das war eher eine Annahme, dass die da mit drin hängt. Was ist denn noch? Ja, ich muss ganz beschäftigt auf mein Handy gucken und ich spiel da... What the fuck? Was ist denn da? E-Mails gucken? Ich weiß nicht, was das da recht sein soll. Sieht aus wie eine Postkarte auf dem Handy. Naja. Chloe, Chloe, ich hab viel zu erzählen. Left, muss man ja nicht die Mädchen in die Dermatoren verlassen. Da stand wahrscheinlich Leave und nicht Left. Naja. Oh, wir sind wieder am Campus. Oh. Wer bist du denn? Das sieht irgendwie ein bisschen... aus, als würdest du dich mit Vögeln auskennen. Ha! Ach, das... Ach so, okay. Oh, oh, Vögel. Samuel, Alter, was geht? Ah, da ist Samuel. Up early. Hey, Samuel. You're up early. Oh. Hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm, quiet. And I can feel the animals waking up with me. Wait, what? Die sind doch schon lange wach. Übrigens, hier in der Gegend Vögel, die die ganze Nacht zirpen. Ich glaub, die sind verwirrt. So, was hast du dir gedacht, über den freaks Schnee-Snow-Shower gestern? Eine andere Message von der Erde, um unsere Scheiße zusammenzubringen. Ja, ich will sagen, dass Samuel nicht so etwas wie das gesehen hat. Samuel ist auf jeden Fall eine wichtige Quelle an Informationen. Das ist eine Sache, die ich wirklich liebe von Arcadia Bay. Es sind all diese coolen Tiere in der Forrest. Die Schwiebeln kommen immer in der Morgen. Für Essen. Ich kann sie schreien. Ich kann sie schreien. Ja. Was Tiere sehen Sie in der Forrest? Ja, ja. Äh, was hab ich gesehen? Don't laugh, but... I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh. That's your spirit animal. Nothing weird there, except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Ja, auf jeden Fall, weil du bist ja auch... Wie auf, äh, 20.000 Energy Drinks. Der hat sich wahrscheinlich gerade heftig einen durchgezogen, um wach zu werden. Ich will nicht wirklich von deinem Morgenritual in der Weg zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Natürlich, du wirst. Der ist irgendwie... Also von seiner, von seiner Redeart ist der total creepy. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Hey, Bitch. Victoria ist nicht da, wa? Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria, doesn't mean I have to be nice to you. Ja, aber vielleicht kannst du Fotze mir ein bisschen Informationen geben, die ich von dir brauche, weil du dumm bist. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Ah, hier reden wir doch direkt mal Klartext. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Da bin ich mir nicht so sicher. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Hmm, dumm Kommentar, aber immer doch. I guess I've had mean bossy best friends too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was meaner bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Aha. Will ich jetzt zurückspulen? Taylor. Konversation über. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Ha, 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 ha. Deine Mutter ist so fett. Ich habe gehört, dass deine Mutter sick ist. Ich bin so sorry. Was, was hat mit ihr passiert? Well, wenn du das interessierst. Meine Mutter hat Backsherrschung. Und so beeinflusst man Leute. Hi again, Taylor. Hey. That wasn't such a bad talk. We should do it again. See you later. Rachel owes me money. Pay up, bitch. Alter, was geht denn da an der Sch... Was geht da ab, ey? Das sind doch fast Kinder. Das sind doch noch Kinder, oder? Kann ja nicht wahr sein. Der Schilder ist großartig. Samuel weiß seine Schilder. Ja. Sieht total klasse aus. Kannst du direkt nochmal machen. Vielleicht können wir hier noch im Schuppen was, äh, ne? Ah, guck mal an. Das können wir mit... Ne, Moment. Die Waterpump, da können wir nichts mehr mitmachen. Warum denn nicht? Oh, Pfeils. Ich kann sehen, dass Samuel's concerned ist. Wie hat Samuel Fotos von Rachel posing? Äh, what? Das ist Wissen. Ah, okay. Wenn da diese Pfeile nicht bei sind, dann haben wir jetzt Wissen für neue Optionen. Aber wir müssen nicht zurückspulen. Ah. Ich habe nie gesehen, Samuel zu Schäden. Und was ist mit dieser anderen Krab? Das stimmt hier, lost and found, oder? Samuel, wirklich, sollte das locken. Es ist ein wachsichtiges Accident. Und zu leicht, um zu schlafen. Das nehmen wir an Halloween mit, verdammt. Aber die Kreissäge von, äh, auf jeden Fall. Hier ist Samuel, so, erzähl mal. Was ist da los? Hallo wieder, Samuel. Hallo wieder, dir selbst, Max. Sorry, dass ich mich drehe, Samuel, aber Why are there photos of Rachel Amber in your shed? Ich bin über sie über sie. Sorry to pry, sie sagt, wenn sie prühen. Jetzt alle wollen sie über sie wissen. Also, sie kennenzulernen? Wie ich die Polizei sagte. Sie war eine gute Ecke. Und sie mir diese Fotos gegeben hat. Oh, du sprachst mit der Polizei? Rachel wollte sein Modell. Ja. Sie gab es auch Headshots, wie Squirrels, tracend Essen. Hör auf, Max. Sieht, wie du viel Zeit auf deinen Händen hast. Ich will nicht wirklich, deinem Morgenritual in den Weg zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Natürlich, du wirst. Okay, der hat Rachel getötet. Oh, der Gärtner war's. Der ist mir echt nicht geheuer, der Typ. Vor allen Dingen, der nur noch hier zuständig für, für die Mädchen. Oh, nee. Oh, oh, oh. Oh, oh. Der sich selbst so eine Scheiße schreibt. Wir müssen uns definitiv um Nathan kümmern. Ich habe keine Ahnung. Firewalk with me. Was wir hier noch alles fotografieren müssen. Aber das ist... Okay. Hier haben wir noch eine Seite. Max, schau es aus. Tschüss.